Musik Ich komme jetzt zum alten Brunnen. Der wahrscheinlich schon lange kein Wasser mehr gibt. Wieder eine Birne. Also wirklich die verschiedensten Äpfel. Da habe ich sogar noch ein paar Zwetschgen. Aber so wie das ausschaut, da sind nur lauter Äpfelbaum. Ich möchte euch gar nicht sagen, was in meine Schuhe schon wieder ein Haufen Samen und Stecher die Sachen drin sind. Das sind nicht so schön die Birnen, aber für einen guten Williams Schnaps würde es bestimmt gehen. Ja, das ist jetzt die zweite Wasserstelle auf meiner Wanderung. Das ist die zweite Wasserstelle. Das ist die zweite Wasserstelle noch nicht. Jetzt kann ich schauen, wie ich da drüber komme. Ja, da geht's. Ich bin jetzt fast am Ende meiner Wanderung. Die Tour hat heute ungefähr sechs Stunden gedauert. Das hat mir wieder einmal sehr gut gefallen. Und ich hoffe, wenn ihr den Volk angeschaut habt, dass euch die Budel von mir genauso gut gefallen haben. Das ist die zweite Wasserstelle. Das ist die zweite Wasserstelle. Ich bin jetzt der Tapfer wunderbar. Bis zum nächsten Mal.